Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Kerbal Space Program Carriere Modus Tutorial. Wir sind mit Valentina in einer Umlaufbahn um den Mann. Das war unser Auftrag, den haben wir in der letzten Folge schon erledigt. Und zum Ende der Folge haben wir einen neuen Auftrag angenommen, der aus drei Teilen besteht. Wir sollen auf einen Orbital Space Walk in der Nähe des Mann gehen. Wir sollen zwei Schiffe im Orbit vom Mann miteinander ein Rendezvous ausführen lassen. Und wir sollen auch Astronauten austauschen zwischen zwei Schiffen in der Nähe des Mann. Und ich habe mir überlegt, bevor wir jetzt erst wieder zurückfliegen nach Körben und dann zwei neue Schiffe auf den Weg bringen zum Mann und den zweiten und dritten Teil von diesem Auftrag erfüllen, können wir auch eigentlich gleich hier bleiben und können den Jebediah mit einer zweiten Rakete hinterher schicken. Das werden wir jetzt auch tun. Bevor wir das eigentlich machen, sammeln wir hier noch ein bisschen Science Daten rund um den Mond. Wir können immer EVA Reports über neuen Biomen ausführen und ich habe uns hier schon mal in eine Position in Richtung Tagseite gebracht. Dieser Canyon hier, den wir hier sehen, ist ein eigenes Biom. Den sehen wir hier sogar besser. Da sind wir jetzt gleich genau drüber. Und insgesamt können wir über sechs Biomen auf der Mondumlaufbahn jetzt ein EVA Report einsammeln und das machen wir jetzt mal. Und weil wir das ja schon oft genug gemacht haben, mache ich das im Zeitraffer. Wir ziehen also erst den EVA Report über Canyon. Dann gehe ich raus in den Map-Modus und warpe uns an den Midland Crater, ziehe dort ein EVA Report. Dann geht es weiter zum Farside Crater. Das ist dieser hier. Da können wir auch ein EVA Report ziehen. Der nächste ist kurz vor dem nächsten großen Krater. Hier ist ein Biom Lowlands. Da nehmen wir auch ein EVA Report. Dann kommen wir zum Northwest Crater. Dort nehmen wir auch ein. Und der letzte Crater, der East Crater, der liegt schon im Dunkeln. Aber man kann den sehen, wenn man die Sonne in die richtige Position zieht. Und dann warpen wir da auch noch hin und ziehen auch noch ein EVA Report. Und fertig. Nach einem Quick Save bin ich wieder zurück am Kerbin Space Center. Und wir wollen jetzt im Grunde die gleiche Rakete wie vorher benutzen. Ich würde allerdings ein kleines Feature ergänzen. Deswegen gehe ich einmal in Research & Development und schalte den Knoten Space Exploration frei. Hier gibt es eine Leiter, an der sich ein Astronaut festhalten kann, wenn er auf EVA ist, ohne den Einstieg in die Kapsel zu blockieren. Das möchte ich einmal freischalten. Wir haben genug Science Punkte dafür. Und dann nehmen wir die Leiter mit und bauen die an. Im Vehicle Assembly Building wartet schon unsere ManRocket 2 auf uns. Die benenne ich jetzt ManRocket 2B. Dann können wir die beiden auseinander halten. In der Kapsel sitzt jetzt schon Jebediah. Auch der lässt seinen Fallschirm zu Hause. Und jetzt gucken wir, wo wir die Leiter finden. Die ist hier unten unter Utility. Ich muss die einmal bezahlen. Und dann nehme ich eine und baue die hier an unsere oberste Raketenstufe direkt unterhalb der Kapsel außen an das Schiff. Ich denke, wir können die ein bisschen nach innen ziehen. Dafür nehmen wir das Move Tool mit der Taste 2 oder durch Klick hier auf den Knopf. Nicht vergessen den Snap-Modus auszuschalten mit der Taste C. Dann klicke ich die Leiter einmal an und schiebe die mit dem Pfeil hier ein Stück nach innen, damit die nicht so im Wind liegt. Das war es auch schon, was wir hier zu tun haben. Wir speichern die ManRocket 2B und verabschieden uns zur Startrampe. Das ganze Aufstiegsprofil und der ganze Start ist euch bekannt aus dem Orbitalflug. Deswegen werde ich auch das jetzt im Zeitraffer durchlaufen lassen. 3, 2, 1, GO! Bei etwa 30 m pro Sekunde leite ich wieder den Gravity Turn mit der Taste D ein und aktiviere auch wieder den Prograde SRS Modus. Bei 200 m pro Sekunde reduziere ich den Triebwerksschub, damit wir nicht allzu schnell werden bei unserem Aufstieg und Energie vergeuden. Dann sind auch bald die Solid Rocket Booster ausgebrannt. Die werfe ich ab. Jetzt schalte ich den Nerfball auf den Orbital Modus um, damit wir sehen, in welche Richtung wir brennen. Ich erhöhe den Triebwerksschub, damit wir unsere APO-Absis weiter von uns wegschieben. Denn diesmal möchte ich einen Manöverknoten planen, um in den Orbit einzutreten. Da seht ihr hier, ich ziehe jetzt Prograde und Retrograde so lange, bis beide Seiten etwa gleich hoch sind. Dann verändert sich hier nochmal die Brenndauer, weil ich in der Transferstage noch genug Schub habe. Das hat er vorher nicht richtig berechnet, weil wir noch in der Atmosphäre waren. Dann brenne ich die Startstufe leer, stage und wir fliegen mit der Transferstage weiter. Immer aufpassen, dass wir auf dem blauen Marker ausgerichtet sind, sonst erreichen wir die angepeilte Position nicht. Dann plane ich wieder einen Manöverknoten mit 860 m pro Sekunde Delta V Prograde und schiebe den so hin, dass wir wieder auf einen Kollisionskurs zum Mann kommen. Denn wir wollen ja wieder unsere Transferstage in den Mann stürzen lassen. So und jetzt warpe ich uns hier an den Manöverknoten rein, indem ich hier auf den Knopf drücke. Das bringt uns eine Minute vor den Knoten. Das reicht uns auf jeden Fall, um rechtzeitig für den Start der Zündung unsere letzten Korrekturen zu machen. Denkst du, der bringt uns sogar eine Minute 26 vor den Knoten? Ich weiß gar nicht genau, wie der das berechnet. Aber auf jeden Fall haben wir genug Zeit, uns hier zu justieren. Wir müssen etwa 26 Sekunden bei T minus 26 Sekunden die Zündung einleiten. Ich warpe uns also noch ein bisschen hier dran. Und dann bringen wir Jebediah auf den Weg zum Mann. 4, 3, 2, 1, GO! Die 50 Sekunden Zündung lasse ich wieder im Zeitraffer durchlaufen. Denkt daran, dass ihr auf der blauen Markierung bleiben müsst. Denkt daran, dass ihr rechtzeitig vorher den Triebwerksschub reduziert, damit ihr nicht überschießt. Am besten geht ihr dann in die Ansicht am Mann und schaut euch an, was auf den letzten Metern und Momenten der Zündung passiert. Gut genug. Als nächstes warpe ich uns wieder an einen Punkt, etwa auf halber Strecke, damit wir unseren Bahnwinkel korrigieren können. Da erzeugen wir auch wieder ein Manöver. Ich zoome nochmal auf den Mann, damit wir sehen, was wir tun. Da ist unser Manöverknoten. Und wir kommen diesmal auch wieder zu hoch rein. Das heißt, wir zünden, geben ein bisschen Schub nach unten. Upsala. Das war, glaube ich, ein bisschen komisch. Da bin ich abgerutscht. So, das kann man ja gleich nochmal korrigieren. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Ich reduziere wieder den Triebwerksschub, weil wir da wieder 0,1 Sekunden Brenndauer haben. Da können wir jetzt wirklich mal ganz runter gehen. Viereinhalb. Aber wir können sogar auf zweieinhalb runter gehen. Dann haben wir vier Sekunden Brenndauer. Und dann warpen wir uns an das Manöver ran. Fokussieren wieder auf den Mann. Richten die Nase auf den blauen Marker aus. Das ist hier genau antinormal. Und geben vorsichtig Schub, um diese 2,1 Meter pro Sekunde schön langsam abzubrennen. Beobachten dabei hier unsere Flugbahn, wie sie sich langsam annähert an den Punkt, wo sie hin soll. Und wenn unsere berechnete Zündung zu Ende ist, 0,0, dann sollten wir auch genau auf dem Punkt sein. Sehr gut. Wir richten wieder unser Schiff Retrograd aus. Schauen uns das Ganze in der Normalperspektive an. Werfen unsere Tanzfahrstufe ab. Stellen auch hier den Triebwerksschub wieder ein. Wie gesagt, es kommt nicht so genau darauf an. 19,5. Und bringen uns Retrograde wieder in eine Flugbahn, die uns um den Mann herum führt. Wir wollen auch wieder etwa den 14 Kilometer Orbit treffen. Ich stoppe einmal, blende die Periapsis ein und schaue, dass wir so knapp unter 14 Kilometer rauskommen. Dann können wir nämlich gleich am Mann die Bahnkorrekturen ausführen, die wir brauchen, um die Rocket 2, in der unsere Valentina sitzt, abzufangen und uns mit ihr zu treffen. Wir sollten auf jeden Fall mal ein Quicksave ausführen, wenn wir soweit sind. Und dann warpen wir wieder an den Wechsel der Spear of Influence heran. Wenn wir da bei tausendfachem Zoom, ihr seht die Valentina, die kreist hier schön um den Mann. Und wir nähern uns hier hinten zusammen mit unserer Transfer Stage dem Mann. Ich mache den Time Warp einmal aus. Wir kontrollieren. Ja, die Transfer Stage knallt schön in den Mann. Es ist natürlich theoretisch möglich, dass die jetzt auf Valentinas Schiff trifft. Aber ich denke einfach mal, es ist unwahrscheinlich genug. Wenn wir ganz sauber gearbeitet hätten, dann hätten wir die im Kurs ein bisschen nach unten oder oben abgelenkt, dass die nicht auf die Kapsel von Valentina trifft. Aber ich denke, es wird nichts passieren. Das ist so unwahrscheinlich, sich da zu treffen, dass wir das Risiko in Kauf nehmen können. So, jetzt müssen wir für den Jebediah auch wieder ein Bremsmanöver planen. Hier an der Periapsis mit minus 280 m pro Sekunde Delta V. Damit auch er in einen Mannorbit eintritt. Aber wir haben noch eine zweite Aufgabe. Wir wollen Valentinas Kapsel treffen. Und jetzt lernen wir etwas über Rendezvous-Manöver. Zunächst mal, wir können Valentinas Kapsel hier jetzt mit einem Linksklick anklicken. Und dann gibt es die Möglichkeit, sie als Ziel auszuwählen. Set as Target heißt das hier. Und jetzt passieren eine Reihe von Dingen hier auf unserer Umlaufbahn. Ihr seht jetzt, es sind so rote und so graue Marker dazugekommen. Was haben die denn zu bedeuten? Diese Marker zeigen an, dass es eine Annäherung zwischen den Schiffen gibt. Hier gibt es 84,6 Kilometer Separation. Wenn wir an diesem Punkt sind, ist Valentina mit ihrer Kapsel dort. Das ist die Target Position am Intersect 1. Und weil unser Orbit ein bisschen größer ist als der von Valentina, fliegen wir langsamer. Das heißt, es gibt einen Intersect 2 Punkt hier hinten. Da ist die Valentina dann 148 Kilometer vor uns. Und die Kunst ist jetzt, beim Erreichen der Periapsis unser Manöver so zu timen, beziehungsweise auch so stark auszuführen, dass wir in einen höheren Orbit gehen als Valentina, der um genau so viel langsamer ist, dass wir möglichst mit den Schiffen zusammentreffen. Das klingt kompliziert und ist sicherlich mathematisch auch kompliziert. Wir haben es ein bisschen einfacher. Wir können das einfach ausprobieren. Ich markiere also jetzt hier mit der linken Maustaste diesen Manöverknoten, bringe den erstmal genau in die Periapsis oder kurz dahinter. Das ist praktischer. Und jetzt reduziere ich einmal, indem ich den Retrograde Marker hier anfasse und nach rechts ziehe, reduziere ich einmal unseren Schub, damit unsere Apoapsis hinten höher wird. Ihr seht das. Die ist jetzt da schon bei 39 Kilometer. Und ihr seht auch, was hier passiert. Die Separation verändert sich. Und hier auch. Und weil wir nicht die Apoapsis so weit absenken können, dass wir ausreichend viel schneller werden, machen wir das, indem wir weniger Retrograde Schub geben und versuchen dadurch unseren Treffpunkt zusammen zu bewegen. Und ihr seht jetzt hier diesen grauen Marker um die Ecke kommen. Das ist Intersect 2, also die zweite Begegnung. An der ersten ändert sich nicht viel. Da hat sich jetzt nicht viel getan von 84 Kilometer auf 81,8. Aber Intersect 2, das bewegt sich jetzt sehr deutlich. Und ich ziehe ganz vorsichtig hier den Retrograde Marker weiter nach rechts und gebe noch weniger Retrograde Schub. Und ihr seht jetzt läuft uns der graue Zielmarker hier Target Position at Intersect 2 entgegen. Und wir kommen sehr schön in die Nähe. Jetzt sind es nur noch 4,2 Kilometer. Und den Rest, ich zoome einmal ran. Den Rest machen wir jetzt mit einer Mausrad Einstellung, indem wir hier mit Mausrad nach unten noch weiter den Schub oder die Brenndauer reduzieren. So lange, bis wir in ein Fenster kommen, das unter 1 Kilometer wäre ideal. Wir haben jetzt als nächste Annäherung 1,1 Kilometer gehabt. Da gehe ich jetzt auch mal wieder hin. Und das ist beinahe die Position, die wir brauchen, um ein Rendezvous zu machen. Das einzige, was wir an der Stelle dann noch tun müssen, wenn wir da hinkommen, ist, ihr seht jetzt hier, wir haben eine Relativgeschwindigkeit von 95 Meter pro Sekunde, wenn wir an diesem Punkt sind. Das heißt, wir müssen rechtzeitig abbremsen nach unserem Umlauf, um diese 95 Meter pro Sekunde loszuwerden, damit wir genau neben Valentinas Kapsel anhalten. Das ist auch Teil von unserem Auftrag. Wenn wir uns diese Note hier angucken, dann sehen wir, Also wir müssen den Geschwindigkeitsunterschied eliminieren, damit dieses Teilziel von dem Auftrag nachher für uns einen grünen Haken bekommt. Aber nacheinander, wir werden jetzt erstmal unsere Bahnkorrektur ausführen mit minus 197,8 Meter pro Sekunde statt der 280. Dadurch erreichen wir eine höhere Umlaufbahn, die an ihrem niedrigsten Punkt immer noch in der Nähe von 14,5 Kilometer ist oder so, 13,8 ist das hier. Aber der höchste Punkt ist so weit draußen, dass unser Orbit gerade genug langsamer ist. Wir werden mehr Zeit brauchen als Valentinas Kapsel, um hier außen rum zu fliegen, sodass wir nach einem Umlauf ziemlich genau bei Valentinas Kapsel sind. Und das ist die Kunst des Rendezvous Manövers. Ich werde jetzt also uns hier in die Nähe bringen. Wir haben 35 Sekunden Brenndauer, obwohl unser Triebwerksschub noch reduziert ist. Das heißt, ich gehe mal einmal in den Map-Modus und passe den Triebwerksschub wieder an. Ich gehe nicht ganz auf 100 Prozent, lasse mal so bei knapp 75 Prozent bleiben. Dann haben wir 9 Sekunden, das ist gut beherrschbar. Und dann warpen wir zu unserem Manöver. Ihr seht, Valentina kreist weiter. Wir haben jetzt eine Minute bis zu unserem Manöverknoten. Ich mache den SRS auf Stability Assist, also nicht Prograde, nicht Retrograde, sondern nur auf Stability Assist, damit ich mich auf den blauen Marker ausrichten kann. 47 Sekunden. Und wir bleiben jetzt mal in dieser Map-Modus-Ansicht, damit wir sehen können, was passiert. 9 Sekunden müssen wir brennen. Ich kann mal ganz leicht die Geschwindigkeit noch erhöhen. 4,5 vorher, 4,5 nachher, das wird unser Brenndauer sein. Und wir sehen dann gleich voller Schub. Achtet auf den blauen Marker wieder, dass die Nase schön ausgerichtet bleibt. Reduziert rechtzeitig. Ihr seht, auch da oben kommt der Orbit jetzt runter. Ich stoppe das Triebwerk, richte die Nase einmal auf den blauen Marker neu aus. Und gebe ganz vorsichtig weiter Schub. Und wenn ich kurz vor Ende bin, dann muss ich hier mal das Manöver beenden, weil dann sehe ich die Anpassung oder die Annäherungspunkte in Echtzeit. Ich klicke also das Manöver weg, zeige hier noch einmal Intersect 2 an und bin aber mit der Nase jetzt da geblieben, wo gerade der blaue Marker war. Und gebe weiter Schub und sehe jetzt zu, wie dieser graue Marker hier in die Nähe kommt und wie unsere Annäherung bei 1,1 Kilometer dann nachher ist. Dann stoppe ich schnell das Triebwerk. Wenn euch das zu heikel ist, könnt ihr natürlich wieder den Triebwerkschub reduzieren am Ende, wenn es dann nur noch um ein paar Zehntel Meter pro Sekunde geht, die zu brennen sind. Dann könnt ihr den Triebwerkschub wieder reduzieren. Dann habt ihr einfach eine feinere Justierung des Triebwerks und kommt dann besser in die Nähe von diesem Punkt. Jetzt haben wir noch 1,1 Kilometer. Ihr seht, das ist jetzt rot geworden, weil wir den bisherigen Intersect 1 überschritten haben. Jetzt ist also Intersect 2 hier und das ist jetzt Intersect 1. 1,1 Kilometer, 95,1 Meter pro Sekunde. Jetzt haben wir noch eine Sache zu tun. Ihr seht, hier sind auch so gelbe Marker erschienen. An und Dn. Das steht für Ascending Node und Descending Node. Was heißt das? Unser Orbit ist im Augenblick gegenüber dem von Valentina um 0,4 Grad geneigt. Und diese beiden Punkte sind die Kreuzungspunkte der beiden Flugbahnen. Also unser Orbit, das sieht man auch, ist hier hinten tiefer als der von Valentina. Der ist jetzt hier ja gelb. Und links im Bild ist er höher als der von Valentina. Und die Abweichung beträgt 0,4 Grad. Und genau hier schneiden sich die beiden Flugbahnen. Und um das auszugleichen, gehen wir am besten hier auf diesen Ascending Node, weil der weiter weg ist vom Mann. Dann ist unsere Zündung effektiver für die Bahnwinkelkorrektur. Und weil das hier ein Ascending Node ist, also hier steigt unser Orbit über den von Valentina, müssen wir hier Antinormal nach unten zünden, um unseren Orbit rechts runter zu neigen und links hoch. Das ist das gleiche, wie wir bei dieser Kurskorrektur auf halber Strecke zum Mann gemacht haben. Wir neigen also jetzt unseren Orbit genau in dem Maße, dass wir identisch werden mit der Flugbahn, die Valentina hat. Das heißt, ich warpe uns jetzt wieder an einen Punkt hier etwas vor dem Knoten. Da kommen die beiden Kapseln geflogen. Valentina ist viel schneller als wir, das habt ihr gesehen, weil wir eine sehr viel höhere Flugbahn haben. Und jetzt richte ich unser Schiff auf Antinormal aus, indem ich hier im Navball den Antinormal Marker suche. Und dann warpe ich mit dem Time Warp in die Nähe von dem Ascending Node. 0,4 ist nicht viel zu korrigieren, zünde ganz leicht das Triebwerk. Und ihr seht schon, sofort läuft dieser Ascending Node von uns weg und verändert auch die Winkelangabe. Jetzt ist sie 0,0 Grad und das heißt, wir sind exakt identisch oder zumindest auf eine Zehntelgrad identisch mit Valentinas Flugbahn. Und was ihr jetzt auch noch seht, ist, dass sich unser Intersect 1 Abstand von 1,1 Kilometer auf 0,4 Kilometer reduziert hat, weil nämlich die Abweichung von 1,1 Kilometer in der Höhe war. Weil unser Orbit hier höher war als der von Valentina, wären wir also über Valentinas Kapsel, genau gesprochen nördlich von Valentinas Kapsel, vorbeigeflogen. Und diesen Teil der Abweichung haben wir jetzt korrigiert. Jetzt treffen wir also in einem Abstand von 0,4 Sekunden aufeinander und haben noch 95,2 Meter pro Sekunde Geschwindigkeitsunterschied. Jetzt wird es aufregend. Ich mache noch einmal Quick Save. Und jetzt warpe ich uns an einen Punkt hier vorne. Ihr seht jetzt auch, Valentinas Kapsel kommt jetzt hier und ist viel schneller als wir, weil sie einen niedrigeren Orbit fliegt als wir. Wir nähern uns aber an und kommen jetzt in eine Region, wo wir den Map-Modus wieder verlassen. Und wenn wir jetzt mal suchen, dann finden wir tatsächlich so eine gelbe quadratische Markierung. Und das zeigt uns an, wo Valentinas Schiff ist. Und ihr seht, die Entfernung von 12 Kilometer, die wird jetzt hier schnell niedriger. Außerdem ist noch was passiert. Unser Nervball hat auf Target umgeschaltet. Das ist der dritte Modus. Hier kann man immer wechseln zwischen Orbit, Surface und Target. Surface geht nur, wenn man in der Nähe eines Himmelskörpers ist. Und jetzt haben auch die Marker auf dem Nervball eine andere Bedeutung. Wenn ich jetzt den Retrograde-Marker mal suche, dann zeigt der mir an, wo ist der Punkt, wo ich genau entgegengesetzt zu meinem Ziel fliege. Also das bezieht sich jetzt nicht mehr auf den Orbit. Retrograde ist nicht mehr die Flugrichtung des Orbits, sondern Retrograde zeigt jetzt an, genau die entgegengesetzte Richtung zum Ziel. Und das seht ihr auch. Hier hinter liegt noch ein anderer Marker und das ist der Marker für die Richtung vom Ziel weg. Das heißt, wir fliegen jetzt, unsere Nase zeigt jetzt vom Ziel weg und unsere Geschwindigkeit wird auch angegeben als Geschwindigkeit auf das Ziel zu. Das heißt, wenn ich jetzt in diese Richtung brenne, dann verzögere ich gegenüber dem Ziel. Und jetzt wird es auch langsam Zeit, denn wir kommen dem Ziel näher. Wir haben noch 4,5 Kilometer. Ich fange also jetzt mal an mit einer Zündung und bringe uns mal so in die Nähe von 50 Meter pro Sekunde, um einfach unsere Annäherungsgeschwindigkeit so weit zu reduzieren, dass wir nicht völlig an Valentina vorbeifliegen und nachher unsere schöne Annäherung von 0,4 Kilometer wieder kaputt gemacht haben. Das muss man jetzt ein bisschen timen. Wir sind jetzt bei 49,4 Meter pro Sekunde. Ich habe das Auftragsfenster hier oben offen gelassen, damit wir sehen, wann das Rendezvous zählt. 2,9, 2,8. Wir lassen uns jetzt mal darauf zulaufen. Ich würde vorschlagen, so bei 1,5 Kilometer Entfernung zünden wir dann nochmal das Triebwerk. Wir können übrigens auch hier wieder den Retrograde-Modus vom SAS benutzen. Dann bleiben wir genau auf Retrograde. Ihr seht, der Zielmarker hier wandert jetzt weg. Ich gebe mal ein bisschen Schub. Er wandert jetzt hier weg, weil wir ja eine Annäherung von 0,4 Kilometer hatten und nicht genau auf Kurs zu Valentina waren. Aber jetzt zeige ich euch gleich einen Trick, wie wir das korrigieren können. Wir haben jetzt noch 15 Meter pro Sekunde. Ich stoppe das Triebwerk. Jetzt mache ich den SAS mal wieder auf einfach Hold und jetzt passiert etwas. Ich gehe mit dem Nervball in genau die Richtung, in die unser Retrograde-Marker von dem Zielmarker abweicht. Und das sorgt dafür, dass der Retrograde-Marker sich dem Ziel annähert. Das muss man wahrscheinlich ein bisschen öfter machen, um das zu verstehen. Aber wenn ich rückwärts auf das Ziel zufliege und abbremse, dann kann ich durch eine Korrektur meiner Fluglage erreichen, dass ich meinen Retrograde-Marker genau in Deckung bringe mit dem Zielmarker. Und jetzt werdet ihr sehen, unsere Annäherung ist bei 0,2 Kilometer, weil ich einfach den Retrograde-Marker jetzt näher dahin bewegt habe. Und jetzt lasse ich ihn so, richte mich mit SAS wieder auf Retrograde aus und die restlichen 10,8 Meter pro Sekunde Geschwindigkeitsdifferenz, die können wir jetzt genau so timen, wie wir es brauchen, damit wir wirklich 200 Meter von Valentinas Schiff entfernt sind. Ihr seht schon, wir haben hier oben ein grünes Häkchen bekommen. Der zweite Schritt unseres Auftrags, das Rendezvous am Mann, ist also auch schon erledigt. Wir sind within visual range. Ich mache jetzt den Trick nochmal, ich mache das SAS auf hold, bewege mich hier in diese Richtung, wo der Retrograde-Marker abweicht und drücke durch eine vorsichtige Triebwerkszündung den Retrograde-Marker wieder deckungsgleich in Richtung von dem Zielmarker. 180 Meter pro Sekunde. Ich schätze, wir kommen jetzt ziemlich genau dran. Valentina hatte Licht in ihrer Kapsel, das können wir jetzt sogar schon sehen. Und jetzt müssen wir eben nur noch gucken, dass wir sie nicht rammen. Also rechtzeitig hier die Fahrt rausnehmen, indem wir weiter das Triebwerk zünden. Unter einen Meter pro Sekunde funktioniert der Retrograde-Marker nicht mehr. Da müssen wir den Rest quasi manuell steuern. Ich bin jetzt schon bei 0,1 und ihr seht, wir nähern uns jetzt hier ganz vorsichtig an. Und da liegt Valentinas Schiff. Und jetzt kann ich durch eine ganz vorsichtige Triebwerkszündung, vielleicht reduziere ich dazu nochmal einmal den Triebwerksschub, die restlichen 0,1 Meter pro Sekunde Geschwindigkeitsunterschied auch noch versuchen zu killen. Das klappt nicht ganz. Ich habe immer noch ein bisschen Restfahrt, so 0,0. Und jetzt liegen unsere beiden Schiffe hier nebeneinander im Raum, haben keine relative Geschwindigkeit mehr, 0,0 Meter pro Sekunde. Und das heißt, wir fliegen auf exakt identischen Flugbahnen um den Mann. Wir bewegen uns natürlich orbital immer noch mit 550 Meter pro Sekunde. Aber es gibt keine relative Geschwindigkeit zwischen den Schiffen mehr. Und deswegen sollten die jetzt theoretisch so bleiben. Natürlich sind die Flugbahnen immer noch nicht exakt deckungsgleich. Deswegen werden sich die Schiffe entweder weiter annähern oder weiter voneinander entfernen. Ihr seht, unser Abstand wird noch immer geringer. Also nähern wir uns an. Hey, wenn ihr bis hierhin gekommen seid und das alles nachspielen konntet, dann habt ihr wieder einen riesigen Meilenstein genommen. Ihr habt gelernt, wie man Rendezvous-Manöver fliegt und das sogar am Mann. Ich kann euch beglückwünschen. Danke fürs Zuschauen bis hierher. Wir schauen uns in der nächsten Folge an, wie wir den dritten Teil des Auftrags erledigen. Fliegt vorsichtig und bis zunächst.